Sie hat Waffen, sie hat Waffen. Oma, Junge. Oma, Junge, zeig was du machst. Sie hat besseren Aim als ich. Sie hat besseren Aim als ich. Sie trifft wenigstens, ich triff gar nichts. Wir gucken jetzt einfach ältesten Fortnite-Zockerin der Welt. Seniorenzocken. Seniorenzocken, League. Wir gehen, ach nicht League, sondern Seniorenzock, Fortnite. Leute, ihr müsst mal kurz gleich sagen, ne? Ihr habt mich schon Fortnite spielen sehen. Vergleicht mich mal bitte. Ich habe Aim, 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 Aim wie schon ein Stück Scheiße. Ich will kurz wissen, ob die besser sind. Also ich brauch's für mein Ego, ey. Ich brauch's kurz für mein Ego. Und wenn's lauter sein soll, dann sagt es auf jeden Fall. Was? Baller da raus, jetzt wird ja mal reingeballert. Nicht möglich, warum? Es ist so dumm, es ist wirklich so dumm, ey. Du Affe, Junge. Junge, diese... Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Also, ich will auch irgendwann, Leute, wenn ich auch so alt werde, ich schwöre, ich mach auch solche Videos, ey. Ich mach auch solche Videos. Jetzt wird sie versteckt im Gebüsch. Jetzt wird sie versteckt im Busch, Junge. Der kennt das noch aus dem Weltkrieg, der Bruder. Ha, ha, ha. Mit 91 Jahren passiert da nichts mehr. Stell dir vor, sie kann einfach besser bauen als ich, ey. Ich glaub, sie kann besser bauen als ich. Ich hab noch nicht angefangen. Achso, achso, das meinst du? My bad, Junge, womp, 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 womp. Er hat sogar Skins, der Bruder hat sogar Skins. Junge, was ist die Grafik, Mann, das ist einfach auf dem Budi, das ist einfach auf dem Budi rein, ey. Junge, also, 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 wirklich. Warum ist das so? Chat. Bruder, man hört die Oma nicht mal. Was ist denn das da hinten, das Dunkle? Schlag da mal zu. Junge, die Grafik ist auch, weiß ich nicht, wie der von, die von irgendeinem Poster spielen, gell? Schmeckt hier drunter. Hier. Es sieht, okay, es sieht ähnlich aus wie bei mir. Es sieht ähnlich aus wie bei mir. Ist doch jemand drunter, oder? Ist da jemand drunter? Ach, das ist der Waldachsbaum. Ja, okay, diese Edits, I don't know, also, diese Edits, I don't know. Handel, moin. Was geht ab, Handel? Was geht ab, was geht ab? Leute, imagine, du kannst mit ihr spielen, ne? Ich stelle dir mal vor. Stellt euch mal vor, ich zocke mit der Oma Fortnite, ey. Ich zocke mit der Oma Fortnite, das wäre so, das wäre so gottlos. Alter, Opie schon besser, als du shut the fuck up, Pixie, shut the fuck up. Ich, warum ist er ein Slime? Er ist einfach Rimuru. Ah, wie geht's dir, Mann, wie geht's dann so? Sie hat einfach Raketen, sie hat nicht mal Waffen. Warum, sie fokust ganz auf den Arsch, weißt du, sie fokust ganz auf den Arsch. Guck mal, mal gucken, ob ich in den Ballon reinkomme. Ey, ich hab dich auch lieb, um... Kurz geht an euch gerade raus. Oh, was ist denn... Ach, jetzt schießen die schon. Ich bin beeindruckt, also... Also, es ist... Ich bin ein bisschen beeindruckt. Jetzt, da drunter, rein. So, was ist das für ein Manöver, Bruder? Er schlägt sich jetzt am Baum. Ey, er ist 38, er ist Platz 35, 34. Das ist schon ziemlich gut. Wenn du 100 Leute hast, das ist schon stabil. Das ist mal ein neises Ding hier. Was ist dieses Wasser, was ist diese Wassergrafik, Alter? Aber ich finde, das neue Fortnite ist nicht so geil. Also, das Oldschool-Fortnite ist chillig, aber das neue... Ob sie knallt oder nicht knallt, Junge. Die haben keine Waffen. Sie hat Waffen, sie hat Waffen. Oma, Junge. Oma, Junge, zeig, was du machst. Spielt sie mit Controller? Ja, 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 ja. Bitte mach einen Kill, bitte mach einen Kill. Sie hat besseren Aim als ich. Sie hat besseren Aim als ich. Sie trifft wenigstens, ey. Ich triff gar nichts. Aber der D-S-Lebert ist ein Bot, das siehst du schon. Hast du jetzt gar nicht zu sehen, ey? Schwimm, Bruder. Ah, ja, da, da, ja, ja, ja. Hier kannst du schwimmen. Beim alten Fortnite kannst du, glaube ich, gar nicht schwimmen, oder? Also, ich hab schon einen Termin bei den Terrorboten. Richtig, Junge. Das neue, alte ist aber geil. Das stimmt, Sanem. Mann, was geht ab, was geht ab, ey? Aber sie ist Top 14. Die Oma rasiert, Sanem. Die Oma rasiert sich Top 12. Top 12. Das Schwert nutzt mich ja nichts. Ich brauch ne Waffe. Juhu. Also, nee. Star Wars, Junge, Star Wars. Aber ich lebe schon eine Minute und 56 Sekunden. Ist ja unwahrscheinlich. Renne, 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 bis dahin. Ich find das geil. Ich find das nice. Ohne Scheiß. Ich find, ich find, das ist geil. Zack, ja. Weil die, die fühlen das noch. Also, die sind einfach so alte Menschen, aber die gaming, also game noch. Und das ist übel nice. Junge, sei der Baum, Bruder. T-Pose, sei der Baum. Ich genügend Munition hatte. Nimm sie da mit, du Trümwördel. Hast du einen Rucksack? Schnalltüte. Sprünge, nicht möglich, warum? Bro, ist die Oma so toxic? Hallo? Wie, sie... Oh, das ist so böse. Oh, das ist so böse. Junge, mein Geld liegt auf ihr. Sie ist Top 10. Sie ist Top 10. Sie hat null Money. Sie hat... Bruder, sie ist ein Ninja. Hast du keine Energie, dann hol dir doch ein... Ach, Mann. Ich glaube, Oma ist übelst toxic, aber das ist gut. Weißt du, du musst... Diese Toxicity macht dich stärker. Was machst du denn wieder noch? Äh, was machst du denn wieder noch? Und ich bin happy. Same, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Rufi, so machst du nicht deine Cam einfach unten links und dann könnte man denken, dass du mit spielst. Aber ich bin noch nicht irgendwie 60 plus oder so. Jawohl. Kann man, kann man eigentlich gewinnen und nur stillflitzen? Ayasaka, hello. Yo, erst zurück. I am back. Sie ist Top 5. Sie ist Top 5. Sie hockt im Busch. Sie hockt im Busch und ist Top 5, Junge. Schwimm, Bruder, schwimm. Wie geht's, Ayasaka? Wie geht's dir? Jetzt renn. Rennen weiter. 59 plus nicht, 60 plus. Das sagt man doch so über 60, sagt man doch 60 plus, Alter. Bravo, bravo, Junge. Bravo, Junge, zeig ihn. Günther. Sie ist der Baum, sie ist Top 4. Sie ist Top 4. Ich kann schlecht klettern, ich komm da nicht hoch. Du kannst nicht klettern. Du kannst nicht klettern, Oma. Ja, zack, zack, zack. Einfach, einfach, ihr so ein bisschen durch die Ehen hauen. Ich weiß da nicht, was sie macht. Es verwirrt, also bei Gott, es verwirrt mich so sehr. Die Oma hat Gold, Bruder. Gold. Money, money, money. Rechte, du bist aber nicht über 60, sondern... Ah, dein Bruder, danke. Danke, danke. Lacht ihr jetzt um die Bäume oder was? Ich glaube schon, ich weiß nicht, was sie macht. Ich kann nicht, ich verstehe nicht, was er macht. Der Typ ist auch schon Top 12. Die Oma, Alter. Jürgen, sie ist, ich weiß nicht, Mann. Need for Speed oder so. Durch, schwimm ich jetzt. Glaubt ihr, dass jemand gewinnt? Also, glaubt ihr, dass jemand gewinnt? Jawohl, Ruder, jawohl. Ist sie tot? Ah, sie hat sehr... Oh nein, scheiße, ich dachte, sie überlebt. Das hat sie so nach vorne getan. Das ist aber gemein, mich zu erschießen. Ich bin erst 85. Bruder, wie nah ist das rangezoomt? Wie nah hast du gerade rangezoomt? Was am Arsch, Scheißsacker? Mach ich für dich, Amigo. Mach ich für dich. Wie geht's dir, Mann? Wie geht's dir? Hey, Top 8, Bruder, Top 10. Das ist schon sehr, sehr stark. Sie ist Top 3. No! Ey, sie hat wenigstens eine draus bekommen. Sie hat wenigstens eine draus bekommen. Das war stark, Junge.